hallo leute zum zweiten teil des roadtrips genau ja wir sind jetzt dann auch ein bisschen grüner hier bei den malaranka springs und ja schauen wir uns das heute an ihr werdet es auch sehen und danach gehen wir noch zu anderen und genießen so ein bisschen den tag schön dass ihr wieder mit dabei seid wir haben endlich richtig sommer es war so warm heute nacht die quellen sind übrigens das heißt ihm auch 30 grad aber trotzdem geil sieht schon so schön aus also wünscht uns dann mal ein bisschen spaß aber ist halt auch eine appraktion wie immer ich würde sagen wir gehen nicht mehr rein so jetzt waren wir bei den bittersprings ich finde die andere war das wasser ein bisschen sauberer hier war so ein bisschen kacke manchmal aber natürlicher sah viel cooler aus ja fand ich auch was halt viel cooler aus das war überall dieses schöne krass und auch ein paar palm normale beuge war einfach irgendwie der sah halt nicht angelegt aus sondern natürlich recht und cool jetzt nochmal jetzt snacken wasser melonen ist verspreist jetzt gibt es noch alles so gut wir haben das warme wetter so vermischt und dann gehen wir zum national park und dann gehen wir wandern und da soll es schöne wasserfälle geben also wir sind jetzt im nepenlugneschner park und es ist schon ziemlich nice hier geile aussicht und ja das einzige sind mehr touristen als an der südküste finden wir aber trotzdem nice und der fluss der hier so geil aussieht ist dieses kathryn gorge also wir sind bei kathryn gerade und das sieht so schön aus man darf leider nicht drin schwimmen weil da sind krokodile drin leben und die sind dann hungrig außerdem ist es so warm das letzte mal dass es so warm war als wir wandern waren gar nicht mehr gewöhnt aber irgendwie irgendwie auch cool wir haben hier voll die urlaubsgefühle die ganze zeit das hört sich richtig bescheuert an für alle die das angucken die reist ja eh nur aber es sind wirklich urlaubsgefühle es ist wirklich schön so Ich bin gegen einen Baumast gelaufen und habe jetzt einen Platz unter dem Kopf. Deshalb müssen wir jetzt noch kurz ins Krankenhaus, die nähen lassen. Wir waren uns am Anfang unsicher, ob wir ins Krankenhaus gehen müssen. Und dann sind wir halt noch weitergelaufen. Und dann war da eine, die arbeitet als freiwillige Notarzthelferin oder so quasi. Die hat mich dann kurz versorgt. Genau, und hat halt gemeint, ich sollte gehen. Also, auf ins Krankenhaus, einen Stich nähen lassen und dann wahrscheinlich morgen noch mal hierher kommen. Weil das, was wir eigentlich sehen wollten, haben wir nicht gesehen. Also anscheinend muss es doch nicht genäht werden. Also wir sind zum Krankenhaus gegangen, haben uns angemeldet. Dann wollte die den Stich sehen, sie hat meint, es sieht sehr klein aus. Glauben nicht, dass man einen Stich nähen muss. Soll halt einfach kurz Doktor schnell drauf schauen, ob es sich lohnt, weil ansonsten müssten wir Geld zahlen. Ist uns eigentlich egal, weil wir eine Reiseversicherung haben. Deswegen kann es immer ganz wichtig, immer eine Reiseversicherung haben. Weil an der Gesundheit soll nicht gespart werden. Naja, wie auch immer, die haben gemeint, nee, muss man nicht nähen. Einfach sauber halten. Also, nee, das ist jetzt nicht. Halt mir ein bisschen ein Auge drauf und dann werden wir es ja sehen. Genau. Guten Morgen. Ja, wir haben gestern dann doch nichts mehr gemacht, weil es Adrie dann doch nicht mehr gut ging. Der hat ein bisschen Kreislaufprobleme gehabt und so. Dann lagen wir nur im Schatten. Aber deswegen fahren wir jetzt nochmal zurück, weil wir es unbedingt sehen wollten. Es geht eben jetzt schon viel besser. Wir fahren jetzt nochmal mit unseren Franzosen dahin und laufen da nochmal hin, weil es bestimmt so cool ist. Also, wollt ihr die Wunde mal sehen? Nee. Ich zeig das jetzt mal nicht. Ich hoffe, das ist okay. Es ist nicht so groß, aber es sieht auch nicht so lecker aus. Aber auf jeden Fall. Ja, würde ich sagen, dann sehen wir uns einfach. Beschleunigen wir das ein bisschen und sehen uns dann am Rockhole. Ja, würde ich sagen, dann sehen wir uns dann. Ja, würde ich sagen, dann sehen wir uns dann. So, das war jetzt alles im Schnelldurchlauf. Aber noch ein kleines, ein kurzes Wörtchen dazu. Das erste war ein bisschen enttäuschend. Wir haben uns das viel guter vorgestellt. Es sah auf dem Foto so mega cool aus. Es war schön, aber es war auch ein langer Walk. Also, man kann es schon mal machen. Es gibt halt in der Trockenzeit keinen Wasserfall. Und das Wasser war ein bisschen gammlig. War es dann nicht so. Wir sind dann doch nicht reingegangen. Und wir wollten eigentlich einfach nur schwimmen. Ja, genau. Na ja, auf jeden Fall sind wir dann noch zu den, wie hießen die Wasserfälle? In It Falls. In It Falls, genau. Und die waren genial. Mega schön und es ist saugut gefallen. Richtiges Paradies. Es ist auch ein kurzer Walk und einfach wirkliches Paradies. Ein Kilometer hoch zu den Uppern. Genau, und wenn man da ganz normal beim Wasserfall sein möchte, ist der Karpark direkt da. Ja, aber das ist nicht so cool. Also, ja, wir genießen den Sonnenuntergang, genießen Abendessen und sehen uns morgen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Hallo. Hi. Da sind wir wieder. Jetzt sind wir gerade, fahren wir rein in den Krakadu National Park. Und, ja, sind mal gespannt. Also, das heißt ja, man kommt zu vielen Orten nur mit VBD. Jetzt haben wir halt die Franzosen, die haben VBD. Jetzt sind wir gucken, ob wir da irgendwie dann zusammen vielleicht zu manchen Orten hinkommen und wie es überhaupt wird. Aber wir sind sehr gespannt. Und wir sind jetzt heute beim 14. Tag. Also sind jetzt genau zwei Wochen unterwegs. Und wir dachten am Anfang mal so, wir machen das ganze Outback in einer Woche. Und dann so, ja, wir machen es halt vielleicht in zwei Wochen. Und es gibt doch irgendwie mehr zu sehen, als wir dachten. Aber das ist auch jetzt, haben wir beschlossen, unser letzter Stopp. Also, aber wir sind sehr gespannt. Vor Darwin, ja, vor Darwin. Für diesen Roadtrip der letzte richtige Stopp, dieser National Park. Ist aber auch riesig, halb so groß wie die Schweiz. Und, ja, es wird bestimmt cool. Also, seid mal gespannt. Wir nehmen euch natürlich mit. Wir sind jetzt an den Gangloon Falls. Im Kalko-du-Nesha Park. Ich war das erste Mal wieder richtig, richtig Gravel Road nach Tasmanien, wo der Reifen geplatzt wird mit den Umfall hatten. Und, ja, deswegen. Ich bin gerade wieder ein bisschen froh, auf dem Parkplatz auch wieder zu sein. Einziges Enttäuschendes dafür, dass man jetzt wirklich so einen Aufwand geschoben hat. Es sind voll viele Leute da. Wir sind jetzt an den Gangloon Falls. 100 Meter Return Walk, aber leider wollten wir gar nicht hier hin, sondern da oben. Da? Ich fürchte, da haben wir jetzt ein bisschen mehr noch an Lauf vor uns, als wir dachten. Sieht nämlich ganz schön hoch aus. Und, ja, wir sind jetzt ein bisschen froh. Musik Wir sind zurück hier an einem wundervoll idyllischen Campsite im Busch und echt die Straße ist so heftig, es ist so nervig, aber es ist auch so geil an diesem Pool, so geil und ja jetzt sind wir hier so auf einem 4WD only Campground, es sind nur 4WDs da, also ist anscheinend nur mein 4WD erreichbar, wir machen es auch mit diesem Auto, also alles halb so wild. Ja, große Umbauauktion, wir machen uns heute auf den Weg zum Jim Jim's Fall und den Twin Falls und das ist mit die größte Attraktion hier, aber leider auch nur über einen zweistündig oder längeren 4WD Track zu erreichen. Und wenn wir unsere Freundin einen 4WD Drive haben, haben die gesagt, okay, weil wir am Anfang überlegt haben, ob wir überhaupt hierher kommen, wenn man da nicht mal hängen kann und so mit unserem Auto. Und sie überlegt, okay, dann fahren wir einfach alle zusammen mit deren Auto, die können die Sitze hochklappen. Was Adria aber nicht wussten und ich aber nicht wussten, ist, dass die komplette Konstellation, dass sie ein Auto rausnehmen müssen und die ganzen Holzdinger und alles umbauen und jetzt sind wir gerade dabei, alles umzuräumen. Ich bin mal gespannt, ob wir das noch hinkriegen, weil es ist eigentlich schon voll spät, aber ja, mal sehen, jetzt haben wir schon so viel Aufwand betrieben, jetzt können wir es auch nicht mehr rückgängig machen. Naja, hoffen wir mal, dass es sich wenigstens lohnt und dass es ganz cool wird und nicht so stressig, wie das jetzt alles hier angefangen hat. Ah ja, ich bin echt mal gespannt. Oh, da kommt eine Matratze. Okay, kleine, aber feine Planänderung. Wir haben leider gerade bemerkt, das sagen wir zu ruhig, das war gerade ein bisschen geschockter, dass beide unsere hinteren Reifen eigentlich komplett kaputt sind. Also da sind so Füsse drin, man sieht schon, dass Metall, das so in dem Gummi drin ist. Und dass es eigentlich warnwitzig ist, noch ein Stück weiter mitzufahren, was unserem ganzen Abenteuer hier ein ziemlich abruptes Ende bereitet. Wir haben uns eine Weile überlegt und wir werden es wahrscheinlich so machen, weil wir jetzt halt mitten im National Park sind irgendwo, dass wir unseren Ersatzreifen auf den Schlimmeren machen und den anderen mit dem Vorderen austauschen, weil die Vorderungen nicht so abgetragen werden irgendwie. Und dann nach Davin fahren. Like, like das Stärchen. Ihr glaubt nicht, was jetzt passiert ist. Jetzt sind wir gefahren und jetzt ist der Reifen von den Franzosen geplatzt. Alles ab, oder? Das gibt's doch nicht. Aber wenigstens können wir jetzt sagen, es ist gut, dass wir den Ausflug nicht gemacht haben, weil vielleicht hätten wir jetzt alle einen Unfall auf der Gravel Road gehabt. Jetzt sind wir immerhin schon auf dem halben Weg nach Davin, ne? Also, der K-Mark-Tire hatte zu. Oder er hat eigentlich noch eine halbe Stunde auf gehabt, aber er hat gesagt, macht's nicht mehr. Zu spät. So, hier schlafen wir jetzt auf diesem netten kleinen Rast Örtchen und sehen uns dann morgen wieder und hoffen, dass morgen der morgige Tag ein bisschen besser für uns läuft. Bis morgen. Ja, Tag, ich weiß gar nicht wie viel. Ich stand ja da. Ja, wir hatten heute einen nicht sehr viel glücklicheren Tag als gestern. Also ein bisschen, aber nicht wirklich. Wir haben die Reifen gewechselt. Das hat fast 160 Dollar gekostet heute wieder. Das sind jetzt die sechs. Jetzt haben wir insgesamt sechs Reifen gekauft für dieses Auto. Innerhalb von 10.000 Kilometern oder so. Geil. Ja, dann... Wir liegen gerade ein bisschen in den Seilen auch. Mhm. Wir wissen nicht wirklich, was wir machen, was passiert jetzt. Und ja, es ist einfach irgendwie alles ein bisschen komisch, ein bisschen doof. Wir haben dann probiert, den Schlüssel zu kriegen. Das ging leider auch nicht, weil die einen Code brauchen von Holden. Aber der hat schon zugehabt. Und heute ist Samstag, das heißt, morgen gibt's da auch nichts. Das heißt, erst Sonntag. Und er sagt, außerdem ist unsere Batterie so gut wie tot. Ähm, das heißt, wir können eigentlich nicht wirklich irgendwo hinfahren, weil es kann sein, dass das Auto einfach nicht mehr anspringt, wenn die Batterie leergert vom Schlüssel. Auch nicht so cool. Dann wollten wir das Auto ein bisschen putzen, aber das hat irgendwie auch nicht so geklappt. Und es macht auch keinen Sinn, falls wir nochmal nach Kakadu fahren. Und dann dachten wir, dann fahren wir mit denen. Aber der Parkpass, wir dachten, wir können das Auto parken. Da können wir das Auto doch nicht parken. Das heißt, wir wissen nicht, was wir mit unserem Auto machen. Und wir haben uns zwar auf Jobs beworben, aber wir haben keine Antwort bekommen. Wir bekommen von nirgends irgendeine Antwort. Wir wissen nicht, was wir machen sollen. Wir wissen nicht, was jetzt passieren wird. Das ist ein bisschen komisch. Das ist immer, wo wir ganz genau schlafen sollen. Ja. Wahrscheinlich fahren wir bisher zurück von der Campsite. Aber von hier, wir sehen uns in Darwin drin, ist es, glaube ich, 50 Kilometer. Das ist halt auch ein bisschen nervig. Naja. Ha. Aber, nichtsdestotrotz, das Wetter ist gut. Das macht mich irgendwie glücklich und deswegen war ja relativ gut. Und Darwin ist so, hier, wo wir sind, ist eigentlich eigentlich ganz schön. Ich wollte gerade sagen. Wir haben gehört, dass es so hässlich sein soll und so. Ich wollte gerade sagen, ich trage jetzt mal die Kamera raus, damit die überhaupt mal seht, was wir hier sehen. Das ist nämlich eigentlich ganz cool. Also einmal natürlich hier essen, aber dann hier mehr. Aber wir haben es mehr so vermisst. Und da sind unsere Franzosen. Unsere Franzosen. Und das ist hier so ein Strand. Und das sieht eigentlich ganz schön aus. Und da wird jetzt irgendwann die Sonne untergehen. Und das wird bestimmt auch sehr schön. Jetzt wissen wir noch nicht, ob die Wolken es dort entweder mega cool machen oder mega scheiße. Das werden wir dann sehen. Und da sind wir dann. Erneute Umraumaktion vollendet. Und heute fahren wir wieder zum Kakadu National Park. Also umgepackt. Wir sind jetzt im Kakadu National Park schon wieder. Und wir sind jetzt am South Alligator River Easter. So, schauen wir uns Rockgart an und danach ein paar Krokodile. Also wir warten jetzt hier noch eine Ewigkeit, weil wir immer noch keine Krokodile gesehen haben. Was wir hier aber unbedingt sehen wollen. Deshalb, ja. Geduld. Achso, wir warten hier, weil die Tide eben hochkommt. Also das Wasser soll hochsteigen. Und hier soll er angeblich so mit der beste Spot sein, welche zu entdecken. Und dann hoffen wir es malen. Hallo. Also wir haben gestern noch ein Krokodil gesehen. Ganz kurz, nach viereinhalb Stunden warten. Zumindest haben wir die Nase gesehen, als es wieder abgetaucht. Ja, wir haben auch den Rücken und so gesehen. Ja, man konnte sich schon denken, dass es riesig war. Nee, man hat es eigentlich halt gut gesehen. Ja, das war cool. Aber wir haben echt lange gewartet. Und dann sind wir noch im Dunkeln zur Campsite gefahren. Haben wir ihn jetzt nicht gefunden. Dann wussten wir nicht, ob wir da campen können oder nicht wegen Krokodil. Und dann hatten wir alle Schiss, sondern doch nicht. Und dann waren wir alle noch fertig. Und dann haben wir das Camp aufgebaut im Dunkeln. Es waren so viele Mücken. Daran gedacht, irgendwie richtige Campingausrüstung mitzunehmen, haben wir natürlich auch nicht. Das heißt, wir haben alle auf dem Boden geschlafen im Zelt. Wir haben ein bisschen gefroren. Auf jeden Fall hatten wir eine ganz tolle Nacht. Heute, wahrscheinlich letzter Tag vom Roadtrip, jetzt endlich, endgültig, wollten wir zu den Jim Jim Falls. Das hat dann am Ende nicht so geklappt. Weil, also wir sind ja jetzt zu viert mit dem 4WD-Roy von denen unterwegs. Und dann hat der leider irgendwie nach 12 Kilometern mehr oder weniger gemuckt. Also kam auch raus und hat komisch gerochen. Dann sind wir umgedreht. Hier sind wir viel gefahren, um nicht wirklich was zu sehen. Aber wir gucken uns jetzt noch eine Seite hier an. Nur Lanji oder sowas. Und das kann man überall mit. Teuerster National Park, den wir je gemacht haben. Ja, und der mag uns nicht. So viel Pech. Also wirklich, alles geht schief. Aber an sich, was eigentlich traurig ist, weil das ist eigentlich sehr, sehr schön. Also gut, jetzt noch den letzten Stunden hier genießen und dann gehen wir wieder. So. Wir dringen jetzt ein kleines Fazit hier zu dem ganzen Outback-Road-Trip. Ja. Ja, diesen Reiseabschnitt hier. Wir fangen vielleicht an mit den Kosten. Vielleicht ist das, was die meisten am Essen interessieren. Dazu gehören dann eben Spritkosten. Wir haben insgesamt 600 Dollar. 650 Dollar. 650 Dollar für Sprit ausgegeben. Und für Essen haben wir für zwei Wochen 80 Dollar ausgegeben. Also wir haben davor schon einen gekauft. Für zwei Wochen, aber wir waren ja insgesamt länger. Aber Sprit war auf jeden Fall teuer. Ja, Sprit war teuer. Und deswegen kann man sich auch überlegen, wenn man alleine reist, vielleicht einfach mit einem Travelmaid. Also dass man einfach einen mitnimmt. Vielleicht, wenn man die Möglichkeiten hat. Oder zwei. Und dort einfach die Spritkosten teilen. Weil ansonsten schon satt. Das ist halt einfach, man unterschätzt so einfach die Strecken. Es waren jetzt locker über 4000 Kilometer. Wir haben leider vergessen, genau zu trecken, wie weit wir gefahren sind. Aber weil man ja dann doch immer noch Abschlächer macht und noch irgendwo hinfährt und zurückfährt und so. Schon einiges. Unsere Highlights waren eigentlich tatsächlich halt natürlich Kings Canyon. Den fangen wir mega cool. Uluru dagegen. Es ist irgendwie der größte Sandstein der Welt. Aber ja, es ist halt ein Sandstein. Und man hat den halt schon von allen Winkeln und alles gesehen. Auf Fotos. Es ist so, wenn man ankommt, ist es so. Ja, genau so habe ich mir vorgestellt. Ja. Und ja. Also, was wir dann auch richtig cool fanden, waren natürlich die ganzen Quellen. Die heißen Quellen in Mataranka. Ja. Einfach mega erfrischend nach dem ganzen Outback und dann in der Hitze da schwimmen zu können. War cool. Ist umsonst. Kakadu ist auch eigentlich richtig cool. Kakadu kann cool sein, wenn man einen guten 4WD hat. Sagen wir es mal so. Ich finde, man kann auch mit dem 2WD dort Spaß haben. Es ist halt ja... Im Nachhinein hätten wir wahrscheinlich eher einfach nur Litchfield machen sollen. Ja. Wobei wir jetzt am Ende nicht Litchfield gemacht haben. Man muss sich bei Kakadu einfach bewusst sein, dass es riesig ist. Es sind allein 300 oder 400 Kilometer Abstecher nur, um... Also, statt direkt nach dem Outback über Kakadu zu fahren. Man fährt dort locker 100 oder so Kilometer von einer Sehenswürdigkeit zum nächsten. Die Campsites kosten auch alle nochmal. Nur 6 Dollar pro Person. Aber es kommt noch dazu. Der Parkeintritt kostet auch 40 Dollar pro Person. Für sieben Tage aber. Ja. Aber, also es ist schon... Es ist schon... Hab ich so. Alles ist cool. Ja. Es ist... Aber, ich würde mal sagen, wenn man da hingeht, sollte man irgendwie die Möglichkeit haben, mit einem guten 4WD, weil sonst, wir haben die Highlights von dem Park einfach nicht gesehen. Und wir hatten auch echt eine Fechtsträhne dort. Aber, ja. Wir fanden, was wir auch geil fanden, waren die Edith Falls in Nidmoluk National Park. Ja. Ja, der war richtig cool. Und bei Kathrim da, der National Park, den fanden wir auch richtig cool eigentlich. Und alles im Northern Territory ist frei. Außer... Kakadu und Uluo. Ja, genau. Und dafür sind die richtig teuer. Ja. Ja, wir fahren jetzt in Darwin. Tatsächlich viel länger als wir dachten. Also, das hat auch mit dem Auto zu tun. Aber wir dachten am Anfang, wir fahren nur schnell nach Darwin, kaufen halt nochmal Essen und fahren dann in die Ostküste. Letztendlich ist es eigentlich ganz schön hier, dass wir doch eineinhalb Wochen geblieben sind. Ja, es hat uns wirklich so gut gefallen. Und irgendwie war es auch dadurch, dass wir mit den Franzosen zusammengereist sind und so ein bisschen Freunde hatten, die auch Probleme hatten und wir so ein bisschen das Leid geteilt haben. Und dadurch, dass es hier einfach so warm ist, so schön, es war alles im Endeffekt gar nicht so schlimm. Aber zu den ganzen Problemen und was wir mit dem Auto schon alles für Pannen hatten und wie wir so damit umgehen, reden wir noch einmal ein bisschen was im nächsten Video. Aber Darwin ist ein Traum, würde ich sagen, oder? In der Trockenzeit zumindest. In der Trockenzeit. Ja, es ist total schön. Ja, so drumherum ist auch ganz schön. Wir haben gehört, Ledgefield, das soll auch mega cool sein. Wir sind jetzt leider nicht hingegangen. Und werden auch nicht da hingehen, weil wir gesagt haben, wir müssen nicht alles sehen und wir wollen jetzt auch an die Ostküste. Hatten dafür aber noch einen richtig coolen Abend gestern am Gunpoint. Wir sind mit dem Couchstaff, war dort hingefahren und der hat einen 4B Drive und da sind wir so eine 4B Drive Strecke gefahren und das war richtig cool. Ja, da sieht man mal. So, für was die Australien eigentlich teilweise den 4B Drive haben. Und auch wie angenehm es sein kann, über so eine Schrottstraße zu fahren. Ja, total. Na ja, auf jeden Fall beenden wir das Video hier und wir hoffen, es hat euch natürlich wie immer gefallen. Wie gesagt, wir nehmen uns eine kleine Vlogpause für, also für Darwin haben wir nicht gevloggt und dann auch die Strecke bis nach Kerns. Das heißt, wir sehen uns dann wieder kurz in dem Video über die ganzen Autoprobleme und dann an der Ostküste. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen, also lasst einen Daumen da und ein Abo hier. Hier kommt ihr dann zum nächsten Video. Tschüss! Tschüss!